Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es ein bisschen um Panasonic gehen, und zwar einmal ganz kurz um das Firmware-Update für die S5 Mark II und die S5 Mark II X und natürlich über die gestern angekündigte Vollformat-Kamera Lumix S9 und die zwei mit der Kamera angekündigten Objektive. Ja, ganz schnell zum Firmware-Update Lumix S5 II, das kam schon im April raus. Ich habe es vor kurzem dann auch installiert und ja, ich sage mal, die S5 II wird da so ein bisschen bei den Features auf das Niveau der Lumix G9 Mark II, also der MFT-Kamera, gehoben. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit bekommen, den Pre-Burst zu nutzen, also dass man einfach, bevor man auslöst, schon Bilder vorpuffert, indem man den Auslöser halb drückt und dann im entscheidenden Moment sozusagen, wenn man dann auslöst, werden die vorgepufferten Bilder tatsächlich dann auch abgespeichert. Das heißt, so kann man ja Action-Szenen gut einfangen, verpasst den Moment nicht. Das hat tatsächlich die S5 II jetzt auch bekommen, dank Firmware-Update 3.0 bzw. die S5 IIX hat eine andere Versionsnummer. Ich verlinke dir auf jeden Fall in der Videobeschreibung mal kurz die Übersicht, wo man sich dieses Firmware-Update runterladen kann. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wie das Update funktioniert. Das ist jetzt minimal anders, aber grundsätzlich sehr, sehr einfach und ging bei mir innerhalb von, ich sag mal, fünf Minuten, war das installiert von der SD-Karte, funktioniert einwandfrei. Ansonsten hat auch der Autofokus eine Überarbeitung bekommen. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen fies zum Autofokus und filme jetzt gerade mit Blende 1.4 an einem eher langsamen Objektiv und sieht ja, ich bewege mich ein bisschen hin und her, habe den Augen Autofokus an. Ich bin mal gespannt, wie gut er jetzt tatsächlich ist. Ich vermute, weil wir jetzt doch sehr offenblendig sind und das Objektiv jetzt nicht das Schnellste ist beim Fokussieren, dass er vielleicht auch ein bisschen pumpen könnte im Hintergrund. Aber das sehe ich dann später beim Schnitt. Was aber beim Autofokus sich verbessert hat, ist, dass wir jetzt auch die Motiverkennung von der G9 II hier bekommen haben. Und das ist einmal Menschen- oder Menschenaugenerkennung, dann Tiere- und Tieraugenerkennung, Motorraderkennung und Autoerkennung, also Rennwagen zum Beispiel und Motocross oder sowas, kann man jetzt mit der Kamera erkennen lassen und entsprechend dann auch fokussieren lassen. Es konnte die G9 II, die letztes Jahr rauskam schon und die S52 hatte das bisher noch nicht und hat das jetzt nachgereicht bekommen. Da einen herzlichen Dank an Panasonic, dass die Firmware so schön gepflegt wird und die Kamera eben up-to-date bleibt und nicht nach einem Jahr sozusagen schon wieder zum alten Eisen gehört. Also, meines Erachtens spricht nichts dagegen, Firmware installieren und Spaß damit haben. So, kommen wir mal ganz kurz zu der Kamera und den beiden Objektiven, die gestern angekündigt wurden. Das ist die Lumix S9 und das ist eine Kamera für das L-Mount, das heißt das Vollformat-Mount, wo Panasonic mit Leica und Sigma kooperiert. Und, also auch das gleiche Mount wie die S5 und S52 und so weiter nutzen oder auch die S1. Und, ja, das ist eine sehr, sehr kompakte Kamera. Ich sag mal, so ein bisschen im Stil von der Sony A7C. Sie ist sehr klein gehalten, also man merkt, dass Panasonic hier das Hauptaugenmerk darauf gelegt hat, dass die Kamera klein bleibt. Ich will aber ganz kurz, nicht zu lang, es gibt unheimlich viele Videos dazu von YouTubern, die nach Japan geflogen wurden und dort die Kamera ausprobieren konnten. Alles natürlich auf Panasonic Kosten, deswegen muss man das immer so ein bisschen differenziert betrachten, wie die die Kamera bewerten. Da wird in der Regel die Kritik dann doch an der Kritik ein bisschen gespart, sag ich mal, verständlicherweise, weil man will ja auch das nächste Mal wieder eingeladen werden, wenn Panasonic da eine Kamera holt oder eine neue Kamera ankündigt oder auch andere Firmen natürlich. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen ganzen YouTube Reviews, die gleich zum Release rauskommen. Ich warte da lieber in der Regel auf Reviews von Leuten, die die Kamera dann tatsächlich gekauft haben und getestet haben. Aber es waren doch einige dabei, die auch schon ein bisschen Klartext auch gesprochen haben. Und die Kamera, wie gesagt, ist auf Kompaktheit getrimmt. Also das sieht aus wie so eine Messsucherkamera. Die Kamera hat aber, und das ist so der erste große Punkt, keinen Sucher. Das heißt, diese Kamera hat nur ein Display. Das Display kann man ausklappen und so weiter, aber sie hat keinen Sucher. Es gibt auch keine Möglichkeit, einen Sucher anzuschließen, also zum Beispiel am Blitzschuh oder so. Das ist schon mal der erste Punkt, der natürlich, ich sag mal, der Verschlankung zum Opfer gefallen ist. Der nächste Punkt ist, dass die Kamera auch keinen Verschluss hat, keinen mechanischen Verschluss. Das heißt, die Kamera hat einen voll elektronischen Verschluss. Das kann zu größeren Problemen führen, wenn man schlechte Lichtquellen hat, wenn man flackernde Lichtquellen hat und so weiter. Da kann es natürlich dann sein, dass man dann Streifen im Bild hat oder auch im Video, wobei da der mechanische Verschluss natürlich auch nichts bringen würde im Video. Aber im Foto kann das dazu führen. Und natürlich hat man auch den sogenannten Rolling Shutter-Effekt, denn der Sensor ist der gleiche wie in der S5 Mark II. Und das ist jetzt, sag ich mal, nicht der allzu schnelle Sensor. Das heißt, die Auslösezeit ist da vergleichsweise lang. Ich glaube, 1,3 Sekunde. Es ist also kein gestapelter Sensor, sehr, sehr schneller Sensor, der schnell auslöst und diesen Rolling Shutter mehr oder weniger eliminiert. Sondern man hat das Problem sowohl in Foto als auch Video. Es ist also keine Kamera, mit der ich jetzt Action-Fotografie machen würde, weil da brauche ich entweder schnell auslöst und den Sensor oder eben vielleicht den mechanischen Verschluss, der das Ganze dann auch wieder eliminiert. Also das ist schon mal, ich sag mal, das sind so die zwei Hauptkritikpunkte, wenn es ums Fotografieren mit der Kamera geht. Die Kamera ist aber auch sehr, sehr stark auf Videofilme ausgerichtet, so wie ich es verstanden habe. Denn sie hat mehr oder weniger fast alle Videofunktionen und auch sonst die meisten Funktionen von der S5 II geerbt. Und sie hat darüber hinaus noch erweiterte LUT-Features, also diese Look-Up-Tables, wo man den Farblook in der Kamera schon nach Belieben verändern kann. Und das ist dann auch möglich mit einer App, wo da eine ganze LUT-Datenbank gibt und da kann man mehrere LUTs draufladen und so weiter und so weiter. Finde ich grundsätzlich mal ein sehr, sehr interessantes Feature. Ich hoffe persönlich, dass das auch für die S5 II vielleicht noch kommt oder auch für die G9 Mark II, dass dieses Feature auch danach gereicht wird. Können wir mal abwarten, ob Panasonic das tatsächlich bringt oder nicht. Ich denke mal, die Kameras wären sicherlich dazu in der Lage, das auch zu nutzen, weil die Hardware ist ja mehr oder weniger, denke ich mal, in weiten Teilen identisch. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben eine Kamera, die stark auf Videofilme ausgerichtet ist. Und jetzt kommt meines Erachtens der Hauptkritikpunkt oder auch der Punkt, warum ich die Kamera persönlich nicht kaufen würde. Und das ist, sie hat ein sehr kurzes Aufnahmelimit. Die Kamera kann auch in vollem Sensorauflösung, also 6K Open Gate, das heißt, das ist dann nicht 16 zu 9, sondern tatsächlich der gesamte 3 zu 2 Sensor wird da genutzt. Kann die auch aufnehmen und da ist aber die Aufnahme auf 10 Minuten limitiert und wenn ich in 4K filme, ist die Aufnahmedauer auf 15 Minuten limitiert. Das hat den Hintergrund, dass die Kamera natürlich ein wesentlich kleineres Gehäuse hat als die S5 II und natürlich auch keinen Lüfter, so wie die S5 II. Das heißt, wo soll die Wärme auch hin, aber mir missfällt da so ein bisschen, dass die Kamera künstlich sozusagen oder nicht künstlich, aber dass dieses Limit halt fest steht. Also man kann nicht drumherum, man kann nicht sagen, ich auf meine Gefahr hin, dass die Kamera zu warm wird, schalte ich dieses Limit ab. Nein, das geht nicht. Und es ist einfach so 15 Minuten. Für mich ist das ein sehr kurzes Limit, weil wenn ich jetzt so ein Video wie hier gerade mache, jetzt nehme ich zum Beispiel schon fast 10 Minuten auf. Das heißt, in 5 Minuten geht die Kamera dann einfach aus. Ich merke es vielleicht gar nicht, ich bin gerade im Redefluss und dann geht die Kamera aus. 15 Minuten sind einfach sehr, sehr kurz. So kann man es zusammenfassen. Ansonsten, rein von der Bildqualität her und so weiter, ist die Kamera natürlich auf modernem Stand, sage ich mal. Der Sensor ist, wie gesagt, der von der S5 II, das heißt, da gibt es nichts zu meckern. Der Autofokus, Phasenautofokus ist an Bord. Der Bildstabilisator ist an Bord. Das heißt, auch hier haben wir einen hervorragenden Bildstabilisator. Und ich denke, dass die Kamera schon so ein bisschen ihre Nische finden wird. Gerade dieses Bildstabilisator, sehr guter Autofokus und Kompakt gibt es in der Form, glaube ich, noch nicht so richtig auf dem Markt. Also zumindest nicht bei Vollformat und vor allem nicht in der Preisregion. Die Kamera wird 1699 Euro kosten und sicherlich auch nach einer Zeit rabattiert angeboten werden, schätze ich mal. Oder dass man auch mal ein bisschen was sparen kann. Aber das, wie gesagt, das Zeitlimit ist ein großes Thema, zumindest für mich und sicherlich auch für viele andere. Und so komme ich dann zum Schluss, für wen ist diese Kamera eigentlich? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht so ein bisschen für Street-Fotografie, wo ich nicht unbedingt einen Sucher brauche, wo ich schnell mal die Kamera hoch und vom Display aus fotografiere. Da ist das Rolling-Shutter-Ding kein großes Problem. Da ist es kein großes Problem, dass ich keinen mechanischen Verschluss habe und so weiter. Vielleicht auch noch für Videofilmer, die eben eher kurze Clips drehen. Ja, aber dann hört es ehrlich gesagt schon bei mir auf. Ich meine, vielleicht noch Landschaftsfotografie, da ist das Rolling-Shutter-Thema jetzt auch kein großes Problem. Den Hi-Res-Modus und so hat sie natürlich auch. Aber insgesamt, ich finde, die Zielgruppe ist sehr, sehr eng oder sehr, sehr klein. Panasonic hat einen riesen Medienwirbel drumherum gemacht, jetzt gestern mit der Kamera. Ich hoffe mal, dass sie gut ankommt, weil es wäre schön und es wäre auch schön, wenn Panasonic sieht, ja auch kleine Kameras kommen an. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, eine kleine Version von der G9 II, die in diese Richtung geht und vielleicht aber nicht so ein krasses Aufnahmelimit hat. Und vielleicht kriegt man da sogar noch einen mechanischen Verschluss rein oder einfach einen schnelleren Sensor. Der G9 II-Sensor ist ja einfach schneller als der von der S5 II. Da wäre das jetzt nicht so ein Riesenthema mit dem elektronischen Verschluss oder vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Und das wäre was, wo ich mir wünschen würde. Also die S9 ist nichts für mich, ganz klar. Aber da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob das vielleicht auch was für dich ist oder wie du das siehst und gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber sie wird schon sicherlich auch ihre Käufer finden. Ich hätte es schön gefunden, wenn es noch einen Aufstecksucher gegeben hätte, also einen, den man optional reinstecken kann in den Blitzschuh. Der Blitzschuh ist übrigens auch nur eine Attrappe, also wo man was festmachen kann. Der Blitzschuh ansonsten hat, man kann nicht blitzen damit, weil sie keinen mechanischen Verschluss hat und der Sensor nicht schnell genug ist. Das heißt, blitzen geht gar nicht mit der Kamera. Ja, insgesamt, wie gesagt, bin ich ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ja, so sieht man mir an, dass ich nicht so recht weiß, wohin will diese Kamera, wohin will Panasonic mit dieser Kamera. Sie haben natürlich sehr viel auf Content Creator, bla 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 und so weiter abgezielt. Aber ich glaube, da gibt es halt unheimlich viele, die mit diesem Limit ein Problem haben. Also bei mir ist es definitiv so. So, zu der Kamera haben sie auch noch ein Objektiv gleich rausgebracht und zwar ein 26 mm Blende 8 Pancake Objektiv. Also ein sehr, sehr kleines Objektiv. Das ist ein bisschen größer als ein Deckel sozusagen von der Kamera. Und das ist auch noch manuell, also kein Autofokus. Also da bin ich völlig sprachlos, was das Ding soll. Da wollen ja auch noch 200 Euro, glaube ich, dafür. Also irre, irre. Plastikteil. Bin ich, ich kann nicht sagen, was man damit anfangen soll. Also vielleicht Street-Fotografie bei schönem Licht. Ja, super Kontakt natürlich, leicht, klar, an der Kamera sieht man es kaum. Es ist eine Mini-Kombi, das stimmt schon. Aber ich finde es echt irgendwie, also ich verstehe überhaupt nicht. Wenn man dann auch mal anschaut, es gibt von Canon ein Pancake Objektiv mit 28 mm. Das hat Autofokus und Blende 2.8 und ist nicht viel größer. Es ist ein bisschen teurer. Ich glaube, das kostet 350 oder was Euro, aber das, also im Vergleich, fast gleich groß, viel bessere Offenblende und Autofokus. Also sorry, das Objektiv ist für mich von Anfang an, kann ich da nur sagen, gestorben sozusagen. Interessanter ist ein Objektiv, ein 18 bis 40 und zwar ein Vollformat Objektiv 18 bis 40. Und das geht, glaube ich, bei Blende 4,5 los. Es ist jetzt schon eher dunkel, aber natürlich ist 18 schon ziemlich cool weitwinklig. Es gibt ja schon das 20 bis 60, das ein sehr, sehr gutes Objektiv ist, auch für Vollformat. Und das geht noch ein bisschen weitwinklig. Und das passt natürlich sehr, sehr gut zu diesen Vloggen und so, weil da braucht man einfach einen guten Weitwinkel. Leider wird das Objektiv erst Ende des Jahres erscheinen. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, Mensch, das Objektiv, das ja wirklich sehr gut zu der Kamera gepasst hätte, wird nicht mit der Kamera zusammen rausgebracht. Gibt es da irgendwelche Probleme, Lieferkette, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, das wäre, wenn ich die Kamera kaufen wollte, das Objektiv, das ich auch dazu kaufen will. Ja, ein wirklich kleines, leichtes, weitwinkliges Objektiv, mit dem man einfach viel abbilden kann. Ja, das ist dann auch ein sehr, sehr gutes Street-Fotografie-Objektiv, denke ich mal, weil es einfach auch mit der Kamera zusammen eine kleine Kombi ist. Also, meines Erachtens hat Panasonic schon einiges falsch gemacht, irgendwie gestern. Einmal mit der Kamera an sich, wo eben ihre Limits hat, die ich nicht so ganz alle nachvollziehen kann. Dann mit diesem total seltsamen 26mm f8 Objektiv und dass eben das andere Objektiv noch nicht verfügbar ist. Schade. Ich wünsche der S9 trotzdem viel Erfolg, auch wenn sie für mich nichts ist, weil Panasonic kann es brauchen, der Elmour kann es brauchen. Der Elmour ist ein tolles System. Es geht aber einfach so zwischen Sony, Ken, Nikon einfach ein bisschen unter. Obwohl ich finde, dass die Kameras teilweise doch gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis besser sind, als viele der Kameras von den Platzhirschen. Wie gesagt, deine Meinung würde mich auch sehr interessieren, wenn du das mal in die Kommentare postest. Schau dir ein, zwei Reviews vielleicht auch zu S9 an, aber wie gesagt, denk immer dran, das sind letztendlich schon eher bezahlte Werbevideos. Natürlich sagen die immer, sie kriegen kein Geld direkt für das Video, aber die werden eingeladen, werden geflogen nach Japan, kriegen die Kamera kostenlos zur Verfügung, ein paar Tage, bla 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 und so weiter. Also natürlich ist das letztendlich eine Bezahlung, auch wenn kein direktes Geld für das Video immer fließt. Also immer ein bisschen skeptisch bleiben im Hinterkopf, wenn man diese Videos anschaut. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.